Leute herzlich willkommen auf den kanal standard gaming und heute spielen wir mal wieder wie ihr sehen könnt eine runde haus flipper passend dazu dass der auch bald weihnachten ist tun wir heute mal den weihnachten retten den weihnachten das weihnachten keine ahnung rette meinen wein ich bin es wieder ich weiß es ist weihnachten aber du hast hast du einen moment zeit ich zahle jeden betrage ich habe mich kaum um mein haus gekümmert aber mein geiz hat nun ein ende ich habe alle leute eingeladen die sonst nirgendwo hin können ich habe versucht selber zu dekorieren und zu renovieren aber die zeit mit knapp ich möchte das alles in weihnachtsstimmung kommt weil bitte zum essen wenn die arbeit getan ist wir werden das alte klavier auch stauben hoffentlich weiß ich noch wie man spielt frohe weihnachten eben wenn es herr skrunk oder wie heißt keine ahnung wie heißt also tun wir heute mal ein bisschen für weihnachten schmücken hier so ihr habt gerade übrigens gesehen dass die anderen sachen auch schon mal fertig gemacht habe ausgehen ich habe jetzt auch alle fertig gemacht schnee wehen entfernen wenn man den kommentaren schreiben hat zwar euch geschneid also bei uns hat es gestern abend schneit heute auch tatsächlich wieder schon ein auch wieder abends so gehen wir mal rein ok gegenstand verkaufen das hier ist ja gar nichts drin so gegenstand verkaufen einig die verschmutzung das meint auch gerne so zack 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 so irgendwo schmutz ich sehe es nämlich nicht perfekt gegenstand kaufen nee wir müssen erstmal hier mal wieder streichen aufgaben so weil ich mach mal in die größe perfekt und streichen wir hier mal wieder alles das ist das ein kompletten neues haus wo die einfach weihnachten feiern oder was dafür ein haus zu mieten oder sowas oder ich verstehe nicht was hier mit meint oder zieht hier neu ein ja könnte tatsächlich auch sein am 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 reicht nicht mehr bis zum ende schade fehlt ein bisschen perfekte weiter geht so auch an wie viel farbe braucht man denn haben wir hier auch schön gleichmäßig mehr farbe dann hier auf jeden fall ein großer raum ok das habe ich jetzt machen wir mal hier kurz das reicht mit farbe nicht ja dann auch hier ein bisschen so übrigens gerne mein disco sei weil der seine video schon verlinkt würde mich freuen wenn ihn drauf steunen würdet an alle die es tun vielen dank aus dem erfahrt ihr auch dort übrigens mehr von mir und auch meine projekte da hinten komme ich nicht dran 100% warte ja so gut jetzt machen wir mal den boden er darf natürlich auch nicht fehlen so kamin mit was mit ihnen am besten hin ich würde sagen hier oder so keine ahnung wir müssen ja nicht dekorieren also müssen wir schon aber ich denke ihr wisst ihr was ich meine Aufgaben die Couch kommt hier so in die Ecke so so dann dann auf jeden Fall ein bisschen hier Licht eins zwei drei noch eine Couch Junge so Bücherregal kann ich hier so hinstellen ach sogar zwei von dann stelle ich eins noch hier so an die Wand ja so wer kommt da hin ach das ist der Couchstich oder was na egal wieder Bücherregal der passt schön hier unten hin tatsächlich gut warte wir müssen mal kurz hier oben schrauben so das kommt da hin der hier kommt da hin so den hier stellen wir hier an die Wand so 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 am noch einen der andere kommt natürlich hier hin so dann eine Lampe so ein Stuhl eins zwei drei vier fünf sechs so kleine Box die packen wir natürlich hier hin mal wobei können wir auch einfach hier unten den Backen so so Tischmatten und zack und zack dann hier einmal den ich habe hier zu viele gekauft egal zack ich habe hier zu viele gekauft so zack ich mache mal kurz ein Cardo dann sehen wir uns gleich wieder wenn hier alles fertig ist so da bin ich wieder ich habe jetzt hier alles einmal fertig gemacht hier könnt ihr jetzt ähm also ich zeige euch das ja einmal ich habe jetzt hier die weiße Wand einmal weiß gemacht hier das rote gemacht das hier sollte ich irgendwie nicht machen Schrank ähm so ein Kissen äh hier Snowboard äh die Tür und hier ist dann so Schlafzimmer ja Flur habe ich hier auch gemacht dann hier unten noch einmal ja hier seht ihr es auch nochmal wie es jetzt hier auch sieht ähm und hier einmal die Küche genau dann gibt es hier auch noch einen Raum die Toilette hier habe ich natürlich auch noch gemacht ja Leute ich würde sagen wenn ihr euch das Video gefallen hat lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar da schaut auch so mehr auf meinen Discord-Server vorbei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt aktiviert die Glocke damit ihr keine mehr verpasst habt einen Traumaufrag haut rein Leute euer Snowboard ciao ciao ciao